Oh Vor allem die treffen ja immer, oder? Nein, das war das Training. Das ist das Doorpoint. Oha Nein, der war knapp. Nein, da war ich dran. Aber in dieser Übung, dieses Sturm ist jetzt nicht so wertvoll, finde ich jetzt nicht so. Aber das ist Tormann und dieses Sprung. Ich weiß nicht. Alter, wie soll man da hin, wenn man da weit weg ist? Oh man, manches ist unfair gesetzt, manches Szenarien. Da weiß ich nicht. Wo ist das Alster? Alter, bis ich da mein losfall, ist der Ball schon fast im Tor. Nein! Nein! 63 bin ich. Was? Mach noch ein paar Kisten auf. Garage. Das war ja auch schon.